Musik Individuelle und liebevolle Betreuung ist für uns neben hohem fachlichem Können das A und O, wenn es um Mutter und Kind geht. So viel Hilfe wie möglich und so wenig wie nötig. Unsere Ärzte, Schwestern und Hebammen haben jahrelange Erfahrung in der Geburtshilfe. Sie dürfen sich sicher sein, bei uns menschlich wie fachlich in den besten Händen zu sein, damit sie bei uns ein positives Geburtserlebnis haben. Unsere Hebammen arbeiten frei beruflich. So können sie ihre Hebamme schon bei Geburtsvorbereitungskursen oder bei unserer Hebammensprechstunde kennenlernen. Als besondere Leistung bieten unsere Hebammen Akupunktur und Homöopathie an. Jeder unserer Kreissäle ist individuell gestaltet. Zur Ausstattung gehören unter anderem Gebärwannen und Gebärhocker sowie eigene Dusche und Toilette. Großen Wert legen wir auf das sogenannte Bonding. Hier wird der Kontakt von Mutter und Kind von Anfang an besonders gefördert. Durch die Kooperation mit einem niedergelassenen Kinderarzt und den benachbarten Kinderkliniken Paderborn und Lippstadt sind sowohl die Routineuntersuchungen als auch die erweiterte Betreuung ihres Nachwuchses jederzeit möglich. Unser Angebot umfasst neu konzipierte Mutter-Kind-Einheiten, zum Beispiel geräumige Doppelzimmer, gemütliche Einzelzimmer und ein Familienzimmer, in dem sich der Partner gleich mit unterbringen lassen kann. In unserem Stillzimmer sind die Mütter unter sich. Beim ausgiebigen Frühstück können sie sich stärken und austauschen. Vereinbaren Sie gerne einen Termin oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage.